Unsere Welt ist voller Unruhe. Es muss immer noch schneller gehen. Es muss immer alles noch mehr und noch besser sein. Erfasst von dieser Sucht nach Masse und Perfektion versuchen wir alles zu tragen und fragen uns zugleich, warum uns das Leben oft zur Last wird. Dabei sehen wir nicht, dass wir selbst es sind, die an dem festhalten, was uns nicht gut tut. Warum fällt es uns so schwer, einfach mal gut sein zu lassen und zu entbehren? Spielen immer wieder Ängste aus der Vergangenheit ab, anstatt im Hier und Jetzt die Augen zu öffnen, um zu sehen, was alles Gute vor uns ist. Versuchen zu kontrollieren, statt den Dingen seinen Lauf zu lassen. Beschweren, statt zu entlasten. Manchmal muss man etwas zurücklassen, um seine Ziele zu erreichen. Etwas verlieren, um sich selbst zu finden. Atme tief ein. Lass die frische Luft wie eine warme Energie durch deinen ganzen Körper gleiten. Lasse jede Wut, Trauer und Angst in dir fassen. Atme aus und lass los. Schau genau hin. Werf den Ballast über Bord. Befrei deine Seele und schau nicht zurück. Schau genau hin.